Es ist der härteste Kampf meines Lebens. Der Kampf gegen Krebs. Ich habe gehofft, die Therapie zu überstehen, ist die einzige Herausforderung. Ist es aber nicht. Jeder Versuch, selbstsicher zu sein, scheitert sofort. Kim? Krebs? So anders auszusehen, macht ein normales Leben fast unmöglich. Obwohl sich alles um mich dreht, bin ich einfach nicht mehr da. Sie sehen nicht mich, nur die Krankheit. Außer ich sehe mich selbst. In unseren kostenlosen Kosmetik-Workshops helfen wir Krebspatientinnen, wieder selbstsicher zu sein und Hoffnung zu gewinnen. Spenden Sie jetzt!